Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich melde mich gerade quasi live aus dem Bett. Ich bin gerade eben aufgestanden bei unserer Dusche und jetzt sitze ich gerade hier in meinem Bett und fülle meinen Bullet Journal für den Tag aus und habe hier eine ziemlich coole Box neben mir. Und zwar findet das heutige Video in Kooperation mit Santé Naturkosmetik statt. Die haben mir hier eine mega coole Box mit all ihren neuen Produkten zugesandt und ich dachte, ich probiere all das in Form eines First Impression Videos einmal aus. Und ich bin wirklich super, super gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch eine Foundation ausprobieren, einige Highlighter-Produkte und ganz am Ende auch nochmal ein Augen-Make-up-Entferner und euch dann den ganzen Tag über ein wenig mitnehmen, updaten, wie die Sachen so halten. Ja, und ich würde sagen, wir tragen das Ganze jetzt erstmal auf. Als erstes starte ich mit dem Santé Ever Matte Mineral Make-up. Das hat eigentlich wie so eine Mousse-Konsistenz. Die Farbe passt bei mir momentan sehr, sehr gut. Das ist die Farbe 01 Natural. Wenn ich im Winter sehr, sehr blasse Haut habe, dann könnte ich das eventuell sogar noch etwas heller vertragen. Und danach geht es an den Beautifying Highlighter in der Liquidform. Den verteile ich dann mit dem Finger und mit dem Flock-Applikator erst mal auf meinen Wangen, dann an der Nasenspitze und ein kleines bisschen auch über der Lippe. Also überall, wo mich auch sonst die Sonne treffen würde. Und ich arbeite das genau wie das Make-up auch mit den Fingern ein. Danach greife ich zum Beautifying Highlighter in der Puderform. Das mag ich besonders gerne, solche Produkte zu kombinieren, weil dadurch die Haltbarkeit in der Regel noch um ein Vielfaches verlängert wird. Und das Coole an diesem Produkt ist, dass ihr es für eine Kontur, als Bronze, als Blush oder eben als Highlight benutzen könnt. Entweder ihr mischt alles zusammen oder ihr tragt die Farben einzeln auf. Das mache ich gerade nochmal mit dem Highlight. Und es glänzt einfach wirklich wunderschön. Danach geht es auch schon an eines meiner absoluten Lieblingsprodukte. Ihr könnt es euch vielleicht denken, ganz genau, die Augenbraue. Das Produkt hier heißt Tinted Brow Talent und es hat eine super filigrane Spitze, mit der ihr einfach das Produkt aufbürsten könnt. Und es hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es hält. Danach geht es an Eyeshadow und an mein Augenmake-up. Ich habe jetzt einfach ein wenig von der Nudy Shades Palette kombiniert und dann habe ich meine natürliche Augenform mit dem Eyeshadow Stick Nummer 8 nachgemalt. Das werde ich gleich noch mit meinem Finger, mit meiner natürlichen Körperwärme ein bisschen einarbeiten, dass es dort keine harten Übergänge gibt. Und das ist ein sehr, sehr natürliches Augenmake-up, was man wirklich in zwei Minuten hinbekommt. Ich habe dann noch die dunkelste Farbe aus der Nudy Shades Palette genommen und einfach meine Augenform noch ein bisschen mehr akzentuiert. Und dann geht es auch schon an die Mascara. Da bin ich sehr gespannt. Das ist die Minimax in Mega Lashes Mascara und die ist auch vegan. Beim ersten Mal auftragen war ich sehr beeindruckt vom Bürstchen. Sie trennt die Wimpern wirklich richtig gut und der Schwung wirklich auch perfekt, sogar ohne Wimpernzange. Danach geht es an den Lippenstift. Und diese Farbe habe ich mir ausgesucht, weil sie mich total angesprochen hat. Das ist für mich eine Farbe, die man das ganze Jahr übertragen kann. Das ist Nummer 2, Pure Rose Wood. Und ich habe bei mir so mit meinem Taun einfach ganz gute Erfahrungen mit solchen Farben gemacht. Ich finde, sie steht mir wirklich sehr gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie Blondinen sehr gut steht und auch Leuten mit sehr dunklen Haaren. Ja, und das ist der fertige Look. Dann würde ich mal sagen, auf in den Alltag und wir schauen mal, wie das Ganze so hält. Es ist jetzt fast, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, 17 Uhr. Und ich wollte einen kleinen Check-in machen mit meinem Make-up. So sieht es aus. Ich habe noch nichts nachgezogen. Weder die Lippen, noch nachgepudert, noch sonstiges. Ich finde, der Matteffekt vom Make-up ist auf jeden Fall immer noch super gut erhalten. Lippen, es ist nicht zu matt und das finde ich eigentlich auch gerade im Sommer sehr schön, weil man das auch nicht wirklich aufrechterhalten kann und es sieht dann auch schnell super cakey aus. Und die Lippen, der Lippenstift ist relativ matt, der ist nicht super glänzend, aber ich finde, er trägt sich super gleichmäßig und gut ab. Ich habe jetzt was gegessen, was getrunken, geküsst, also alles, was man so macht. Und es sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Und ich mag die Farbe bei mir auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich glaube auch nicht, dass das ein Lippenstift ist, der sich irgendwann so abträgt, dass man dann nur noch so einen Rand hat, sondern ich glaube, dass er tatsächlich so, ja, nach und nach einfach verschwindet. Und ich bin super zufrieden damit, wie es jetzt aussieht. Und was ich bisher gemacht hatte, war, ich hatte auch noch Video gedreht, das heißt, ich hatte auch die ganze Zeit den Scheinwerfer. Ich war kurz draußen und das ist absolutes Mistwetter. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier, nein, es sieht einfach nur relativ grau aus. Es regnet nämlich. Und auch, das hat die Mascara sehr gut überstanden. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran an meine Augen. So, jetzt muss ich es nur noch scharf stellen. Also die Mascara sieht wirklich auch noch sehr, sehr schön aus. Und auch die Augenbraue sitzt noch sehr, sehr gut. Und das Einzige, was ich nicht benutzt habe heute, ist der Concealer. Und ich habe hier so ein Pickelchen. Da hätte ich aber, glaube ich, auch punktuell noch mal so ein bisschen mehr von dem Make-up drauf machen können. Auch hier seht ihr die Lippen. Ihr seht so eine ganz, ganz leichte Kontur, aber von Weipen sieht man die nicht. Und auch der Lidschatten ist noch sehr, sehr schön. Der hat sich nicht sehr in die Lidfalte verzogen. Ja, und ich würde sagen, ich mache aller spätestens, wenn ich jetzt gleich wieder scharf bin. Hallo. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich noch mal wieder. Nämlich heute Abend, wenn noch mal ein paar Stunden verstrichen sind. Und dann werde ich das Make-up abnehmen und dann noch mal mit euch besprechen, wie es dann wirklich aussieht. Ja, und mal schauen, wie es dann so noch gehalten hat. Jetzt ist ungefähr kurz vor elf und es ist Zeit, mich abzuschminken. Aber vorher wollte ich noch ein paar kleine Worte zu meinem Make-up verlieren. Und vor allem erstmal schauen, wie es dann überhaupt aussieht. Ich weiß nicht, wie gut ihr es in der Kamera erkennen könnt. Aber mit meiner Haut bin ich auf jeden Fall noch sehr zufrieden. Das hat sich natürlich gerade in der T-Zone und da, wo ich halt sehr stark ein bisschen so zu fettiger Haut neige, da hat sich natürlich das Make-up ein bisschen abgetragen. Bei mir vor allem hier auf der Nase. Ansonsten ist es aber echt noch sehr, sehr gut. Hier auch um die Nase herum. Das sind so meine typischen Stellen. Vielleicht kennt ihr das von euch selber auch. Allerdings habe ich tatsächlich auch kein einziges Mal... Ich habe gar keinen Puder verwendet. Ich habe nicht mal abgepudert. Aber da das ja ein mattes Finish ist, war das eigentlich auch nicht nötig. Und von daher ist es auch völlig in Ordnung. Mascara sitzt auf jeden Fall noch super, super gut. Und auch die Augenbraue ist noch perfekt intakt. Highlight kann man immer noch erkennen, genauso wie diese Kontur und das Blush. Damit bin ich auf jeden Fall auch super happy, weil ich glaube, ich hatte es ja schon mal erwähnt in einem anderen Update. Das trägt sich bei mir sonst auch relativ schnell ab. Die Lippe ist tatsächlich nicht mehr da. Habe ich glaube ich auch schon davor einmal gesagt. Allerdings, ich habe es nur so ganz leicht abgewischt. So einen ganz leichten Stain gibt es immer noch. Und das finde ich, sieht auch immer noch gut aus. Ist auch jetzt nicht fleckig oder so. Ja, aber ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal ans Entfernen. Das ist ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Den muss man dann so schütteln, damit er sich verbindet. Und dann kann man den mit einem Wattepad auftragen. Und der ist besonders auch für die Augen und auch für die Lippen geeignet. Also auch gerade, wenn man noch ein etwas langanhaltenderes Lippenprodukt drauf hat, dann sollte der das auch beseitigen können. Jetzt wird es aber erstmal Zeit für mein Headband. Mein ungefähr liebster Teil meiner Abendroutine. So. Wie sehe ich aus? Wie gesagt, wir schütteln erstmal den Zwei-Phasen-Make-up-Entferner, damit er sich schön verbindet. Und dann öffne ich den. So. Und dann trage ich ihn erstmal auf ein Wattepad auf. Ich tränke das so ein bisschen. Am Anfang nehme ich nicht allzu viel. Der ist mit Gurke. Ich hoffe, der riecht auch schön frisch. Oh ja. So. Als allererstes mache ich mich mal an die Mascara. Ein kleiner Tipp von mir, jetzt mal ganz abgesehen vom First-Impressions-Video, aber, dass man eben nicht zu doll reibt, sondern das Ganze erstmal nur so ein bisschen einwirken lässt, um eben auch nicht sich so viele Wimpern auszureißen. Wow. Und da ist schon mal ganz schön viel abgegangen. Das meiste sogar, würde ich sagen. Brennt auf jeden Fall nicht. Das finde ich schon mal sehr gut und sehr wichtig. Und es geht tatsächlich ziemlich alles ohne viel Reiben ab. So. Jetzt das eine Auge können wir ja gerade zusammen machen. Und ich würde sagen, ich entferne mal den Rest und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt komplett abgeschminkt und ich glaube noch ein bisschen rot im Gesicht. Ich werde meine Haut gleich noch reinigen. Was ich euch aber auf jeden Fall noch sagen wollte, was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sich meine Haut richtig mit Feuchtigkeit versorgt anfühlt und überhaupt nicht irgendwie ausgetrocknet. Ansonsten wollte ich jetzt gerade noch mal meine zwei Lieblingsprodukte raussuchen, die ich auf jeden Fall gleich morgen schon wieder in meine Beauty-Routine integrieren werde. Und zwar werde ich auf jeden Fall den Tinted Brow Talent weiter benutzen, weil ich an dem sehr, sehr gerne mochte auf jeden Fall, dass das Bürstchen die perfekte Dosierung quasi hatte. Und sonst habe ich oft das Problem, dass ich viel zu viel Augenbrauen-Gel auf meine Augenbrauen auftrage und das dann immer trocknen lassen muss und danach noch mal korrigieren muss. Und das hatte ich mit dem tatsächlich nicht. Und die Farbe, die passt bei mir tatsächlich sehr, sehr gut. Falls es euch interessiert, das ist die Farbe 01. Die ist eigentlich vor allem für Blonde gedacht, allerdings bei etwas helleren braunen Haaren oder eben bei rötlichen Haaren passt sie auch sehr, sehr gut. Und als zweites auf jeden Fall den Beautifying Highlighter. Ich kann mich hier nicht so richtig gut entscheiden, allerdings muss ich sagen, dass ich gerade die Kombination aus den zwei Produkten sehr gut finde. Und zwar würde ich immer erst das Creme-Produkt oder dieses flüssige Produkt eben verwenden und danach noch mal ganz leicht vor allem hier oben diese Puder-Nuance aufnehmen und die dann mit einem Pinsel drüber tupfen. Und das hat einfach den ganzen Tag gehalten. Und da war ich einfach super überzeugt. Ja, dann gute Nacht, würde ich sagen. Ich lege mich jetzt so ins Bett, wie ich aussehe. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.